Yo, was geht? Hier ist RisikoRiko wieder unterwegs mit einer neuen Rollertour. Und ja, heute wollte ich mal ein bisschen darauf eingehen, was mich so nervt am Rollerfahren. Eine Sache, die ich echt grausam finde, was ich jetzt oft genug erwähnt habe, ist einfach das Tempo mit den 45. Man ist einfach ein Hindernis im Verkehr und man kommt an gewissen Sachen, wie hier zum Beispiel dem dicken Truck nicht so gut vorbei. Das fuckt halt übel ab und nervt mich halt sehr. Da frage ich mich auch, ob das halt wirklich die Autoindustrie hier in Deutschland so gemacht hat, dass so ein Ding nicht einfach 60 fahren kann. Weil die haben wahrscheinlich Angst, weil wenn das Ding über 60 fahren würde, ich glaube die Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn ist ja 60, muss man mindestens fahren, damit man auf der Autobahn teilnehmen kann. Und wäre das die Möglichkeit, ne, ich würde da auch auf die Autobahn ballern, das juckt mich nicht rauf auf die A7. Ne, das ist halt eine Sache, die wirklich sehr störend ist. Die Geschwindigkeit, man ist dann immer hinter irgendwelchen LKWs. So, ich mag gerne LKWs. Ich würde auch gerne selber einen fahren und so, aber die ganze Zeit hinter einem sein. Du hast dann auch gar keinen Blick mehr dann nach vorne. Das nervt halt schon übel. Und ja, dementsprechend ist das immer so ein bisschen sehr nervig. Und was halt auch immer sehr störend ist, dass man halt auch viele andere Verkehrsteilnehmer hat, die einen so schneiden, so richtig in die Spur reinziehen. Und ja, teilweise gefühlt dann fast treffen. Das Ding ist halt, auf der Kamera mit dem Weitwinkel macht es immer nicht so den Eindruck, dass es so knapp ist. Ich habe auch schon mal ein, zwei Situationen so angeguckt. Da sieht das alles immer noch so ein bisschen von weiter weg aus. Aber in der Situation ist es dann schon echt näher und brenzlig. Ja, aber ja, was wir mal machen, man kann es ja auch verstehen, dass die Leute da gestresst sind und einen unbedingt überholen wollen. Ja, kann man schon irgendwie nachvollziehen. Ist halt auch manchmal lächerlich, wenn du halt jemanden hast, der dich unbedingt überholen will und dann einfach so 2 kmh maximal schneller fährt als du. Dann denkt man sich auch, ja, die geht dann bleibt auch unter mir. Aber ja, ich bin ja schon meistens sehr außen auf der Spur, weil ich das schon weiß, dass ich halt mehrere Leute mal hinter mir habe und ihnen das überholen erleichtern möchte. Aber manchmal geht es halt nicht und manchmal kennt man halt auch die Strecke und weiß halt, dass es besser ist, mehr mittig zu fahren oder mehr links. Hätte ich einen vollwertigen Roller oder halt Motorrad, würde ich das auch machen. Ja, deswegen ist es alles ein bisschen nervig. Aber was willst du machen? Oh, dieser Geruch. Das ist ein richtiger Roller. Oh, ich liebe das. Geil. Ja, hier bekenne ich nochmal meine Liebe zu den richtigen Rollern. Diese Knatterroller, die so schön stinken und Sound machen, ist halt auch einfach Liebe. Muss man eigentlich auch in der Sammlung haben, finde ich. Weil das wird ja auch irgendwann nicht mehr gebaut, denke ich mal. Und so ein normaler 50er Roller, der einfach stinkt. Am besten noch so zwei Takte da, schön laut. Ja, das hat schon was. Das ist auch schon einfach ein geiles Fahren, muss ich sagen. Also, es gibt auch bestimmt genügend Leute, die es hassen, aber ich mag das wirklich sehr, sehr. Und das war jetzt zum Beispiel so eine Situation, wo man es auf Kamera alles noch ein bisschen weiter weg aussieht. Ich bin ja eh tiefenentspannt. Also, wenn er jetzt unbedingt vor mir sein wollte, bin er der Letzte, der das irgendwie nicht gönnt. Soll er mich einfach überholen. Aber man sollte halt natürlich in solchen Situationen nicht paniken, weil wenn man dann zu doll auf die Bremse drückt, man hat kein ABS, kann man sich auch gerne mal auf die Schnauze legen. Aber ja, das sind Situationen, die kommen öfter vor. Muss man sich halt im Klaren sein, wenn man dann so ein Hindernis ist wegen dem Tempo und man da Bock drauf hat. Aber ja, mir macht es Spaß, deswegen soll jetzt ja auch kein Hate-Video sein, warum ich jetzt Rollerfahren hasse. So ist es ja nicht. Ist ja immer noch geil. Aber es gibt ja mal ein, zwei Kleinigkeiten, die einen nerven. Und das wollte ich mal so erwähnen. So, dass man halt, ja wie gesagt, keinen Bock hat, jedes Mal so den ganzen Truckern hinterherzufahren da im Windschatten. Und man hat auch selbst keinen Bock drauf, ein Hindernis zu sein. Aber ja, da kann man leider nichts machen. Deswegen würde ich sagen, kann man das jetzt hier auch schon mal ausklingen lassen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und für die Aufmerksamkeit. Und würde sagen, wieder schauen, reingehauen. Wir hören uns. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020